Was geht ab Leute? Willkommen zurück zu einem neuen Lost Ark Gate. Mein Name ist Parion und ich zeige euch heute oder ich erkläre euch wie im Titel schon sicherlich gesehen habt, das Affinity System. So ein bisschen. Ich kann so ein bisschen darüber reden. Das, was ich selber auch rausgefunden habe und selber jetzt weiß. Was ist das Affinity System? Es ist grundsätzlich ein Freunde System. Ihr könnt mit bestimmten NPCs, die auf der Karte mit einem Herzen angezeigt werden, die ihr hier mit Alt N angezeigt bekommen könnt. Freundschaften aufbauen. Diese Freundschaften könnt ihr pflegen, indem ihr denen entweder Items gebt, also Give Presence. Ich kann ihr jetzt eine Present geben. Diese hier machen wir jetzt einfach mal. Ich gebe ihr die Present. Sie kriegt 2000 Punkte. Steigt jetzt 2 Level. Affinity is increased. Dasselbe kann ich nochmal machen. Also ihr habt eine bestimmte Anzahl an Affinity, an Gifts, die ihr abgeben könnt. Dann können wir ihr noch einen Song spielen, den ich jetzt gerade nicht besitze und einen Emote nutzen, die ich auch beide nicht besitze. Das ist immer sehr geil zum Showcase. Aber es gibt, euch werden die Emotes angezeigt, wo ihr die bekommt. Diese Emote Emotions can be bought from Kirika in Advan Real Share zum Beispiel. Oder bei dem Blacksmith. Captain Blacktooth on Freedom Island. Solche Sachen. Und dann bekommt ihr dafür Punkte. Ja, ihr könnt, Today Available steht immer 5 und wenn ihr die Kristall Aura habt, könnt ihr sechsmal ein Emote bei ihr spielen oder allgemein bei NPCs spielen. Ja, ganz wichtig. Ich gebe jetzt mal so ein paar Dinger. Das ist eigentlich egal. Ich möchte es eigentlich nicht haben. So, wir sind jetzt, wir sind jetzt eine Stufe aufgestiegen. Grundsätzlich, ihr habt die Möglichkeit, ähm, ja, geht mal her da. Ihr habt die Möglichkeit, äh, bei den NPCs aufs Level zu steigen. Ich war jetzt bei ihr, ja. Ähm, die sind alle normal, da ist nichts Besonderes und bei ihr ist es Interested. Es gibt verschiedene Stufen und ihr habt die Möglichkeit, verschiedene Rewards zu bekommen. Bei ihr kann ich zum Beispiel Gold bekommen, was halt sehr, sehr nice ist. Das heißt, äh, wenn ich die, die nächste Stufe erreiche mit ihr, habe ich die Möglichkeit, 500, also fünfmal 100 Gold zu bekommen. Oder neunmal 100, also 900 Gold. Insgesamt gibt die mir 1400 Gold, nur dafür, dass ich bei ihr trusted bin. Sie gibt mir Skillbücher, die ich mir aussuchen kann. Also, sie gibt mir vier Boxen, wo Skillbücher drin sind, die ich mir aussuchen kann. Ich bekomme eine Karte, die es wahrscheinlich sonst nicht anders erhältlich gibt, außer aus random Kartenboxen. Und ich bekomme Holz, was komplett irrelevant ist. Es gibt super viele NPCs, zum Beispiel in Papunika, das ist jetzt in, in einem späteren, äh, Bereich, ja. Hat die die Möglichkeit, die gibt mir 2700 Gold, wenn ich bei ihr trusted bin. 2700 Gold für einen Charakter, also. Ihr habt die Möglichkeit, bei ganz vielen Charakteren Gold zu bekommen. Diese gibt, diese gibt ihr euch einfach 1400 Gold, wenn ihr nur interested seid bei ihr. So, versteht ihr? Oder genau wie bei, wie, ähm, dieses kleine Ding. Gibt euch auch einfach 800 Gold. Also es lohnt sich, diese aufzubauen, äh, die Freundschaften aufzubauen in den jeweiligen Gebieten. So, ihr habt die Möglichkeit, wie gesagt, über dieses Beatrice Blessing oder im Deutschen die Kristallaura, einen zusätzlichen Song zu spielen täglich. Die könnt ihr unter verschiedenen Charakteren aufteilen. Zum Beispiel konnte ich bei ihr jetzt keinen Song spielen, ja. Ich habe aber die Möglichkeit, jetzt zum Beispiel ganz oben zu der Queen zu gehen. Und dort, äh, wenn ich die Songs oder die Emotes habe, bei ihr diese Songs oder Emotes zu spielen. Zudem könnt ihr noch Quests machen, die euch, äh, auch nochmal zusätzliche, ähm, Affinity Points geben. Was auch nochmal sehr, sehr wichtig ist. Womit ihr auch nochmal andere Dinge freischaltet. Äh, die Affinity macht man rein, äh, rein theoretisch nur für die Sachen, die man bekommt. Ich kann ihr jetzt zum Beispiel wieder ein Item geben, Forward. Ich bin ein Level bei ihr gestiegen. Ich kriege jetzt, äh, eins und Dinge gibt mit 20.000 Silber. Ich klicke drauf. Ja, möchte ich gerne haben. Vielen herzlichen Dank. Jetzt kann ich einen Song spielen. Äh, genau. Ich muss erst die Mission, äh, fertig machen, damit ich einen Song bei ihr spielen kann. Dasselbe wird beim Emote genauso sein. Ich kann mit ihr quatschen, ähm, sobald ich die Quests fertig habe und fertig, ja, und so weiter und so fort. Ähm, vorher kann ich nicht weitermachen, weil ich jetzt in Level gestiegen bin. So. Ich hoffe, ich hab's, äh, euch einigermaßen gut erklärt. So. Im Grunde gibt es Charaktere, mit denen ihr Freundschaften pflegen könnt, ja. Diese Freundschaften könnt ihr aufbauen, indem ihr, äh, Songs spielt, Emotes macht, äh, denen Daily Gifts gibt, gebt, ja. Und, äh, indem ihr Quests bei denen abschließt, also diese, diese pinken Quests bei denen abschließt. Dadurch könnt ihr die auf, äh, aufleveln. Ähm, durch das Level bekommt ihr verschiedene Sachen, äh, sei es irgendwie ein Zeichen für ein Schiff, also ein Segeldesign oder ihr bekommt Gold, Silber, ihr bekommt verschiedene Statpots, ihr bekommt, äh, Karten, alles mögliche. Ihr könnt komplett einmal durchgehen, ihr könnt gucken. Es gibt natürlich Favorite Gifts, also Gifts, die sie, die sie sehr, sehr gerne hat, wo es mehr Punkte gibt, also einen Bonus gibt, so gesehen. Normalerweise würde, äh, würde sie 300 bekommen, aber mit dieser Krabbenschere, äh, bekommt sie halt 330 Punkte bei einem lilanen, äh, Gegenstand, ja. Und, äh, normalerweise würde es, ähm, es gibt Artefaktsachen, die sogar 10.000 Points geben und so. Das ist super, super crazy. Ist ein sehr, 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 sehr komplexes, äh, eigentlich einfach, aber sehr, sehr komplexes Ding, wenn man es maximieren möchte. Ähm, ich glaube, wenn man, ich habe noch keinen Charakter auf Max, aber ich glaube, wenn man die, die Bindung hoch genug hat, kann man, äh, richtige Beziehungen mit, also nicht Beziehungen in Anführungszeichen, aber dann gibt es nochmal so einen Zusatz. Aber so weit bin ich noch nicht mit den einzelnen Charakteren. Also, ganz wichtig, das, was ihr wissen müsst, ist, ihr könnt Songs spielen, ihr könnt Emotes spielen, ihr habt eine bestimmte Begrenzung am Tag, die ihr spielen könnt, die könnt ihr auf Alt-End sehen. Grundsätzlich sind es 5-5, ja. Und wenn ihr die Aura habt, äh, 6-6, zudem kommt noch, ähm, dass ihr Presents abgeben könnt und Quests abschließen könnt. Dadurch steigert ihr die, ähm, die, 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 die Level mit denen und ihr könnt Best Friends am Ende werden, so, was ganz, ganz cool ist. Ähm, ich hoffe, ich konnte euch helfen. Ich hoffe, äh, ich hab's relativ, äh, schlüssig erklärt. Wenn ihr Fragen hierzu habt, äh, sagt mir gerne Bescheid, äh, schreibt diese unten in die Kommentare und ich versuche die so gut wie möglich und so schnell wie möglich zu beantworten. Ich bedanke mich bei euch recht herzlich fürs Zusehen. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut rein!